hallo werte patiente und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren wunderberichtigen folge battle realms bei mir ist das letzte mal auf uns ein bisschen her weswegen ich einmal ganz kurz gucken muss wie hier die aktuelle sachlage ist die sind noch dabei ausgebildet zu werden wie es aussieht ja sehr schön so dass ja wie gesagt der 40 mein ziel ist würde ich dann gerne die produzieren nichts die gehen dann genau das ändern wir mal ich habe mir doch mal eine große welle Dann machen wir mal ein paar mehr ran. Zack, zack. Das hier mal an. Das hier auch mal an. Wir sind jetzt schon bei dem Grund in den Nachwaff gezogen worden. Aber wir haben, wie es aussieht, keinen verloren. Das finde ich ja ganz gut. So. Drei. Äh, Moment, ich füge gerade ein. Das hier können wir mal ausschalten, die Klingen. Das hier. Na, ich hätte gerne einmal. Alle? Einmal an, danke. Oh, sie kommen ja schon wieder, ey. Das sind wir teilweise von zwei Punkten, ne? Ja. Ja. Zack, zack. Wie sieht's hier aus? Ja, meine Schlange. Die mal ein bisschen zurückgezogen. Oh, gut. Das sind alle schönste Zombies. War das alles? Das wird endlich eine Menge Zombies sein. Sehr schön. Aber das ist schon nicht schlecht, was die Zombies angeht. Wir geben aber auch rechtlich auf, ne? Guck mal, wir können schon die, äh, Dingsanscher holen. Giftding einmal, danke. Ja. Wir haben einen Bauer, der nichts zu tun hat. Äh, schon unterwegs, Meister. Die 34 und die 35. Jetzt ist aber langsam mal gut hier. Wir hören aber einfach nicht auf, ey. Meine Fresse. Da waren sie jetzt aber hartnäckig. Geht, ne, ich will, genau. Äh, du gehörst mit zu denen. In Ordnung. Da waren sie jetzt echt, ne? Bis zum Ende hartnäckig. Gehörst auch noch mit dazu. So. Jetzt haben wir doch Männer verloren, wa? Ich mach halt, bis ich hier bei der 35 bin. Und dann hole ich mir halt nur noch Schützen raus. Äh, oh, guck mal, hier sind schon wieder neue Leute fertig. Eins. B. Und die einen sind mal alle hier, ne? In Ordnung. Für euch, mein Fürst. Ich sollte mir vielleicht mit den nächsten zwei Bauern mal lieber, äh, noch Gehschachs holen, weil ich glaube, dass zwei Gehschachs bei der mir einfach zu wenig sind. Wieso das so für Gefühl? Ah, ihr beide gehört auch schon mal dazu. Und du gehst mal da hin. Schlagen wir ein paar Schädel ein. Hab dich jetzt auch mal losgibt, oder? Ja, sehr schön. Ah ja, du wirst jetzt zur Gehschachs. Du gehörst ja mit zu dem Trupp schon, daher da hin. Für die Schlange! Äh, Ladies, mal ein bisschen weiter zurück. Hier müssen die Zombies nicht heilen. Das ist verschwendete Ausdauer. Sie halten davon ja auch nichts, ne? Ja. Ja, da ich, dass die halt nirgendwo hochgehen, so wie es aussieht, kann man dann halt, wenn man viel hin hat, einfach sich durch die Linien ran produzieren. Ist ja nicht so, dass man, äh, da irgendwie überproduzieren kann. Also gut, ich kann halt maximal, äh, zehn, zwölf Stück auf einmal, aber zwölf jeden ist auch schon hart, ne? Deswegen würde ich die gerne machen. Achso, wir sind bereits alle im Einsatz. Na gut, okay. So. Wir haben den Großangriff von ihm relativ gut abgewählt, wie ich finde. So, eine, äh, was ist das? Muss gerade noch eine weitere ausgebildet werden, wenn ich mich täusche. Nö, wo noch mal der andere hin ist. Für euch, mein Fürst. Aber drei, ne, eigentlich brauche ich, glaube ich, ich hätte gerne vier Gehschachs. 36, 37, 37, 40, ja genau. Haut hin. So. Ich meine, gut, das dauert jetzt natürlich eine halbe Ewigkeit, Edi. Die, die, Entschuldigung, soweit fertig sind. Ja, 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 Fürst. Ich bin ja clever. Äh, so. Muss ich überlegen. Ah, das können wir ja gleich mal nachsehen. Wo lernen die nochmal, dass... Das ist mir eigentlich relativ egal. Ah, hier, genau. Ne, ich will wissen, wo lernen die... In der Eisenlade. Okay. Taro, was kann der denn? Ein typischer Fluch. Ah, okay. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das so toll finde. Äh, im Eisenladen, hatte ich gesagt, ne? Was ist das Ding hier? Ja, also, da hinten. So, hast du deine... Ja. Hier ist der Erste. Hier ist der Zweite. Was ist denn der Dritte? Ich habe irgendwo einen stehen. Ach, hier. Ah, du gehörst aber nicht zu denen. Deswegen, okay. Jetzt haben wir alle drei da. Sonst wäre das ja irgendwie auch dämlich. So, du Lady bist fertig. Du gehörst mit zu denen. Ja, meine Schlange. Vier Fächer Gesha. Es sollten doch fürs Heilen reichen. Ah, du kannst ihn gleich mal vollheilen. Ich gehe meinen Fürst. So. Na, das sieht doch soweit ganz okay aus, würde ich mal sagen. Hm? Oh, komm, da müsste bald einer rauskommen. Da haben wir nämlich auch noch ein paar Schützen, die einen lächerlich hohen Distanzschaden haben. Ja, dann können wir hier bald... Nein, 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 nein. Wir fangen jetzt mal gleich stark ab. Du ziehst dich ein bisschen zurück. Los, wirken sie. Ja. Na, wo kannst du ihn jetzt nicht angreifen? Und los, eins mit dem anderen umbringen. Hm? Und du gehst hier mal durch und... Wir sagen danke für die Extra-Truppen. Natürlich. Mhm. Mal sehen, ob es noch ausreicht um den Lungen. Nein, geht nicht mehr. Okay. Gut. Ja, ja, das ist halt ne... Ich muss mal eben schauen. Brauche ich ja... Das brauche ich noch, die Lebenspunkte. Und, äh... Starkbier. Das hätte ich mir erst mal holen müssen, ne? Na egal. Jetzt bekomme ich das hier zurück. Das weiß ich nicht. Ich will es nicht riskieren. Starkbier ist das letzte, was wir brauchen. Weil das gibt höhere Lebensangie für Banditen. Und unsere Armee besteht so im sehr, sehr großen Teil aus Banditen. Und jetzt erst mal hier Lebenspunkte. Ah, die geben aber auch nicht auf, ey. Gut, das geht nicht schnell. Mit so einem Mann ist der angefühlt natürlich ein bisschen witzlos, ne? Sind wir schon da... Da kommt der Rest. Ich suche den Feind. Ich hab mich schon bewundert. Äh, erst mal die Heilerin, bitte, danke. Kenji schmeiß schon deine Fähigkeiten an, bitte, danke. Da ließ schön in Heilposition gehen. Oh, die Mias kann auch Fernkampffie nützlich. Und uns mal ein paar Zombies ran. Zombies. Uh. Ihr seid die Fünf. Das sind jetzt nicht sonderlich viele, aber immerhin, ne? Und wir schicken die Zombies schon mal auf eine Erkundungstour. Mal sehen, wie viele ankommen. Moment, wieso hast du nichts... Wir haben einen Bauer, der nichts zu tun hat. Äh, Alchemist. In die Alchemistenhütte. Ich brauche keine anderen Dinger. Ähm... Für Starkwil brauche ich noch ein Yin, ne? Das sollte ja nicht so lange dauern. Äh, wo geht die denn hin? Ja, Meister. Ja, mein Fürst. Ich hab mir nicht vor, dass meine Geeshers hier drauf gehen. Hm... Ne, die kommen doch von... Vermutlich hier. Ja. Ja, warum nicht hier ein paar Abfahren? Ah, die haben ja noch nichts gebaut. Das überrascht mich ja tatsächlich ein bisschen. Das hätte ich tatsächlich was anderes erwartet. So, du bist die Vier. Ja, das hätte ich schon mal angreifen, Junge. Da hab ich tatsächlich mit ihm verloren. Warte, das ist aber ne große Gruppe. Um die Fähigkeit an die Gelingen an. Und Pfeiler an. Da haben wir dann noch mal ein Mann verloren. Ne, du da. Und der Rest zieht sich mal ein bisschen zurück. Die Zombies. Ja. Das bringt halt nicht die Zombies hier groß weg zu bewegen, ne? Na, meine Schlange. Äh... Du. Umschalk 4. 4. Alchemist. Natürlich, Herr. Ja. Äh... Ups. Ich hab mich vertan. Du bist da. Gut. Ziel in Sicht. Hm? Sind nicht... Ich dachte, sie waren alle tot. Hm. Hab ich wohl falsch. Wenn ihr darauf besteht. Nein. Ihr dahin. Du wieder. Nein. Also, ja, aber nein. Starkbier. Äh... Da. Zack. Ich war zu langsam. Wie ärgerlich. Bin auf dem Weg. So. Brauchen die halt nicht immer wiederbeleben. Das ist ja Quatsch. Dafür haben wir ja Dingens dabei. So. Jetzt haben wir aber eigentlich so das Wichtigste, was man braucht. Zack. Umschalt 4. Ich hätte, wie gesagt, gerne so 5 Schützen. Für den Hintergrund. Und dann nur noch Ninjas, weil... Was soll ich mir denn sonst noch holen? Oh, guck mal. Da kommt schon wieder Feind. Das ist gut. Oha. Das an. Das an. Das an. Das an. Ja. Schrei einmal. Habe ich einen Ronen verloren? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nein, sind alle am Leben. Okay. Könnte die Klinge wieder ausknipsen. Noch machen sie. Nein, nein. Gerade eben von alleine. Äh... Und dann hier mal. Nein, auch die einzelne Linien ist begrenzt. Okay. Erledigt. Auf wie viel denn? Vier Ninjas nur. Ah. Nehme ich mal an. Oder ist das einfach zeitlich begrenzt? Ninjas voll einsatzbereit. Ja, okay. Ja, okay. Habt das dann bald mal. Oh, wow. Beinah. Angsthaft. Das war mein letzter Kampf. Oh. Aber die sind halt auch gut ausgerüstet, ne? Äh, wo ist denn du da? In Kürze. Und... Kein Zombie. Wie ärgerlich. Der gehört dazu. Der jetzt auch. Ich klinge mich jedes Mal. Und da hin. So, vier. Zwei, drei, vier. Einer noch. Wir können schon mit hier hinkommen. Ziel in Richtung. Bin auf dem Weg. Tatsächlich ist es mir angenehmer, wenn ihr ein bisschen näher hier steht. Weil das andere kann man besser abfangen. Ja, mein Fürst. Wie der Wind. Das ist halt schon gut, ne? Für so einen schönen Schützen da rumzocken haben. Rumhocken zu haben. Dann... Haben die Fächer Gejas jetzt... Oh, lol. Ich hab mir die Kunst der Liebe noch gar nicht geholt. Ah. Das ist natürlich eine Schande. Na, na, das braucht man nicht. Und was ist das? Das braucht man auch nicht. Aber das hätte ich gerne bald. Ja, das wird vermutlich keine einfache Schlacht, wenn wir dann losmarschieren, ne? Also das Schöne ist, wenn wir bei ihren Festen sind. Du gehst zum letzten Mal dorthin. Da müsste wirklich noch so ein Angriff... Nein, nein. Es ist nicht mehr ein Angriff. Es kommt noch genau ein Mann. Und zack. Wie viele Zombies leben denn eigentlich noch? Gar keiner mehr. Okay. Wir sagen, irgendeiner hat doch die Hilfe das Leben. Und zack. Lass doch bitte die verdammten Zombies raus. Danke. So. Äh. Der ist fertig. Na dann. Umschalt 4. Fähigkeit an. Mal 5 Schützen, die im Hintergrund mitlaufen und mit lächerlich viel Schaden austeilen können. So, dann... Ne, ich meine eigentlich nur... Das war so klar, dass sie nochmal angreifen müssen. Okay. Und sie ist tot. Für die Schlange. Für die Schlange. Für die Schlange. Dann jetzt nochmal alle zurück. Zu allem etwas zügiger zurück. Und ich hab dich mal... Irgendwie schaff ich es immer, einen nicht auszuwählen. In Ordnung. Nein, Ladies. Ich diene nur euch, Meister. Zurück. Für die Schlange. Ja. Da alle hin. So. Äh, jetzt hätte ich gerne nochmal... Möglichst alle. Sehr schön. Und dann... Ne. Ja. Lasst uns ein bisschen Spaß haben. So, jetzt können wir jetzt wieder ressourcenechnisch etwas teurer werden. Sind auch kurz leichter anzugreifen. Für einen kurzen Moment. Das war so... Wack jetzt. Really? Diese großen Armee. Jetzt. Fähigkeiten an. Windklinge. Teile an. Du. Die. Ich glaub wir haben hier tatsächlich... Nein, wir haben auch hier absolut niemanden verloren. Ah, guck mal. Das ist ihre erste Festung. Na dann. Äh. Ja. Los. Ich suche den Feind. Wie ihr wünscht. Auf den Turm. Ja, tut das nicht. Ich stecke mich jetzt weniger. Und gleich müsste ich jetzt schützen. Auf sie im Laden. Das sehe ich. Oh, 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 oh. Komm schon. Das wird aber nicht ausreichen, oder? Der verdammte Ernst. Äh, oder mal. Du. Zack. Dahin. Nee, 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 nee. Wir lassen uns nicht weglocken. Das war's schon. Na dann. Wander. Ich dachte jetzt tatsächlich, dass das ein bisschen mehr ist, was da kommt. Ja. Ja. Oh ja. Da kommt auch mehr. Für die Schlange. Wenn ihr da rausfischt. Für euch mein Verlust. Jetzt müssen wir die Zeit nicht mehr noch verlieren. Nein. 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 Der Großen超ene Mann haben wir verloren und wird nicht befürchtet. Ja. Die Heiler brauchen uns wieder ewig, wenn sie da sind, ne? Ledis, ihr sieht beim Laufen ja wirklich gar ein Schneeker aus. Los, jetzt. Eine Fertig-Hütte. Vier, zwei. Ich muss jetzt mal ein bisschen Gas geben hier. Das kommen die doch nie an. Für die Schlange. Ich suche den Feind. Ich gehorche, mein Fürst. Was ist zum... Warte mal. Kannst du grad nicht, okay. Du, heilen. Danke. Los. Ich werde die Luz nicht erledigen. Nein, du dahin, du dahin. Zack, muss das Gehscher daugen. Zack. So. Gut. Muss man mal einen mehr, na egal. Vier. Das an. Und die Versammlung durch. Wie gesagt. Hier, was soll man denn hier noch stehen, bitte? Ach, dich. Okay. So. Ja, 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 hier oben ist der scheiß Wachtturm, ich weiß. Da will ich ja, da will ich ja jetzt noch mal hin. Da müssen halt erstmal so alle wieder möglichst nah beieinander sind und die müssen einmal durchheilen. Genau. Sind zwischen unsere Schützen alle da? Na, das finde ich ja ganz toll. Gut. Dann machen wir das jetzt in einer ganz einfachen Reihenfolge, nämlich die langsamsten zuerst. Ja, Meister. Natürlich. Ja, meine Schlange. Äh, da hin. Ja, mein Fürst. Das war klar, dass ein Feind kommen würde. Dann los. Äh, da hin. Ja, Meister. Da hin. Drauf halten. Das ist so ein Verarschen. Ich greife das in den Schiffen. Ich bitte alles mit dem Tum kaputt. Achso, oder ihr greift einen Feind an. Legitim, hab nichts gesagt. Oha, hier ist eine ganz schöne Verteidigungslinie, wa? Kann der von da von Tum, ja. Nein, können sie nicht, okay. Dann los ist die Schäden zum Kaputt machen. Und die Schiffe. Geht halt alles mit dem Mund. Los, ran da. Sie haben Mönchen. Suche den Feind. Schau, bitte nach vorne. Und es werden immer mehr Zombies. Wo geht ihr denn jetzt hin? Okay. Also erstmal hier hoch. Den dann kaputt machen. Mitgehen. Macht doch, die verdammt, ihre Wachtturm erstmal bitte kaputt. Oh, Zombies. Ja, ihr natürlich auch. Ja, bevor. Leute, den da kaputt machen erstmal. Danke. Wow. Wir dürfen den nicht liegen lassen. Hast du was in den Taschen? Und zack. Jetzt auf den. Okay, erst auf den. Hier rutsch auf den. Oh, lol. Die Schützen auf einen Tum ist schon hart. Ich jage. Und du schön mit dir. Wie ihr wünscht. Äh, könnt ihr zufällig schon hier hochgedacht auf den Tum schießen? Ja, solltet ihr, oder? Ja, können sie gut. Ja, hier ist eindeutig der Fall. Ja, meine Kürze. Ich suche den Feind. Ich suche den Feind. Natürlich laufen sich jetzt aber hier echt nicht mehr lumpen, wa? Oh. Einfach mitgehen. Wenn der mal dann irgendwann mal wirklich kaputt ist. Wie der es jetzt ist. So. Nein, okay. Gut, 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 gut. Vier, äh, den Turm hier. Nein, nein, eins dahin. Das wollte ich sagen. Entschuldigung. Keiner Fehler meinerseits. Und wir müssen nur hier stehen und heilen. Die Zombies machen Zombie-Dinge. Verdammt, wir haben einen Mann verloren. Wir haben sogar mehr schon als einen Mann verloren versucht. Wir haben brachten keinen aber auch aus, ey. Ja, das sollte ich aber nicht mehr verletzt haben, ne? Hier auf das, da. Und... Ja, macht das letzte von ihm bitte schön mit kaputt. Sehr schön. Dann geht's weiter. Einmal hier hin. Ihr da hin. Ich geharrte, mein Fürst. Mit Vergnügen. Ihr da hin. Und wie viele Millionen Zombies sind über? Hier geht einfach mal aus. Wir gehen mal hier lang. Und erstmal da lang. Keine Korrektur. Okay. Hast du den oberen Teil kaputt? Hier ist der mal anders. Wie wenn ich jede Früh schaffe in den Turm schieße. Heilungen. Na, Heilungen. Vielleicht müssen wir das hier oben alles kaputt haben, ne? Die Hauptmann erleben noch. Zack, zack. Ja, auch wenn da ein Flächtengebäude steht. Nein! Lady, was machst du denn? Achso, du bist ein Zombie-Heilen. Alles klar. Äh, da hin. Und, das sollte es bald gewesen sein. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Oh, 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 oh. Äh, du. Da hin. Du, halt dich selbst. Und, mit dir hinten ran, bitte. Danke. Dann macht hier alles kaputt. Hat der sich hier verschanzt? Ja gut, wir gehen jetzt nur weiter. Wir räumen uns jetzt noch von oben an auf. Ja, meine Schlange. Oh, wir haben einen Dachsen verloren. Wie unangenehm. Oh, 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 oh. Ich sehe gerade jetzt schon, da ist fast tot. Nein, okay, der war noch verlangsamt worden. Der war jetzt noch aus der Puste. Hm, wir müssen wieder nie das verloren. Sofällig, ja, haben wir. So, das ist jetzt halt ein Steinbruch. Ah, ja. Tieferschein. Ah, der macht wieder Upgrades. Ich frage mich ja, verliert man das Upgrades, wenn die Gebäude kaputt geht? Verliert man das Upgrades, genau. Ich dachte, die können von da. Das gibt es doch nicht. Äh, los. Zerlegen. Und wir gehen einfach euren Highlight ab, ja. Und, habt ihr fertig? Ja, habt ihr. Oder? Ja, habt ihr. Wir haben einen Bauern, der nichts zu tun hat. Äh, da hin. Hm. In Ordnung. So, mal los. Dafür wirst du zahlen. Da ist der Feind. Ja. Ich suche den Feind. Ja gut, wir können das doch einfach. Ich jage. Ich habe das Vertrauen in die Ninjas und ihre Kampffähigkeiten. Eigentlich. Äh, Leute? Bewegung, bitte. Ah ja, macht er ja schon. Für euch, mein Fürst. Ich sehe, ihr seid schon voll bei. Ah ja. Ja, 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 ja. Ihr stellt euch mal hier hin. Gehen wir. Ihr dient mal der Stadtverteidigung. Weil der Feind scheinbar von woanders kommen will. Ich habe wieder mal ein Ninjas verloren. Das ist aber okay. Die kosten mich nichts. Verstanden. Ihr dürft den Feind, den ihr seht, ruhig töten. Ja, ich habe da nichts gegen. So, ich lege das. Ah, das ist der Druck von neben. Okay. Okay. Schön nachrücken, Leute. Wir müssen ja nicht unnötig Leute bei meiner verlieren. So. Ihr dürftet einmal Heilung spielen, bitte. Zack. Die Truppe ist ja doch jetzt ein bisschen dezimiert worden inzwischen. Welches? Ich muss, was mich eigentlich interessiert ist. Geht irgendeines von den zufällig automatischsten Eichenmisten? Nicht? Ah, du aber. Aufhören. Und ich denke. Wir haben jetzt den, nee, noch nicht ganz. Ich will noch den hier auf dem Berg quasi erledigen. Ich jage. Nein. Wir machen damit im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen, dass es gerne ein Like oder Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, euer Brustikruf und bis dahin. Tschau. Tschau.